Die Reifen stehen noch, aber hier schon der erste Wildschweite, wie gut es ist. Das Wetter ist auf alle Z. Bestes voraussetzungen hier für die Kandidaten, mit der Stadt Nummer 5, weitergereist, aus Kenntnis, genannt ist er nicht dort. Untertitelung des ZDF, 2020 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 4, Vorsicht! So, 45! GASP! 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 Mojer Schubot! GASP! 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 Ja, das ist hier auch ein ganzes Metroner. Ein sehr schnelles Modell. Wenn ich die Stadtmutter... So, hier ist der Gelb. Ohhhh! 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 Hast du die Wüten hier umgekippt? So, jetzt hier aber nicht, statt einer Zeit hier... Mein Tio, hör mal! Ohhhh! Scheiße! Wenn ich euch eichthafte, kann ich doch noch ein spannender Tag zu werden. Und ja, ich glaube das ist eine technische Auswahl, wie ich das hier sehe. Das ist das hier, was ich glaube ich sage. Wir haben ein Hochwort, weil es noch ein bisschen nach oben gibt. Ja, das ist abgedreht. Noch ein bisschen den Kuh rauszuhalten und das Gewicht noch ein bisschen da rechts zu verlagern. Ohhhh, ich bin ich ja nicht! Ich bin einiąbrem, das ist nicht ganz ganz. Ich bin ein bisschen nach oben da. Und wenn ich die Stadtmutter найmere hier. Das hier war noch ein bisschen da. Bitte sehr schön, ich bin ein bisschen zu verlagern. Und ich bin ein bisschen nach oben. Ich bin ein bisschen da. Ich bin ein bisschen nach oben, weil ich bin ein bisschen dahinter. Ich bin ein bisschen nach oben. Ich bin ein bisschen nach oben. Aber hier sind ein, ja. Wir haben gerade noch mal einen Lacken gestanden. Hier kommt auch noch mal ein Pferd für Landesgefährd. Oh, nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab die Schwimmungsüber ausgedrückt Ich hab die Schwimmungsüber ausgedrückt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020